Vielleicht will man es nicht, dass du es erfährst. Vielleicht sollst du nicht darüber nachdenken. Du bestehst aus Wasser. Nur wie viel weißt du über dein Körperwasser? Nur das, was eh alle denken zu wissen? Wie kann die Veränderung des Körperwassers mit Frequenzen Schmerzen in wenigen Minuten aufheben? Welche Einflüsse gibt es, die dein Körperwasser und somit deine Gesundheit beeinflussen? Ob die Funke, WLAN oder 5G-Steuerung, alle reden davon. Nur wie geht man damit um? Was passiert dabei mit deinem Körperwasser? Und wie kannst du es relativieren? Meinungen haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Man meint, weiß aber nichts. Man hat dir gesagt, dass Wasser wichtig ist, es sauber sein soll. Im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte. Du viel davon trinken sollst. Ohne Wasser kein Leben. Wie langweilig und oberflächlich war das etwa schon alles? Du weißt schon etwas mehr über Wasser, über die Lebenskraft im Wasser und die elementaren Kräfte der geometrischen Ordnung? Über Levitation, Implosion, Körperwasserverwirbelung, der Wasserverwirbelung an sich, elektrostatische Felder, Hochstrom, galvanische Feinströme, Elektronenanreicherung, Heilsteine, Symbole, Orgon, Schongit, Energetisierung, Feinstofflichkeit, Vitalisierung und Belebung, Kymatics und Musik, Wasser und Salz, Wasserfiltern, saures Wasser, basisches Wasser. Was wäre, wenn Vitamine nur Lichtbausteine sind und es bei den Mineralien im Wasser nur um die elektrische Ladung geht? Wir gehen richtig in die Tiefe, wie du siehst. Was macht Musik und Frequenzen mit deinem Körperwasser? Welchen Einfluss nimmt deine Stimmung, Gefühle, Emotionen, Gedanken, Schwingung, Schall, Musik, Symptome und Krankheiten auf dein Körperwasser? Der Notenschlüssel. Denk mal allein über diese Bezeichnung nach. Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Und warum wurde der Kammerton auf 440 Hertz geändert? Sollte Musik denn nicht harmonisch wirken? Für mich ist Wasser meine Berufung und wir zeigen dir nun meine fantastische Reise durch die Welten des Wassers und die Reise der Zusammenhänge der Hymostase im menschlichen Körper. Ich forsche schon seit 20 Jahren zum Thema Wasser, Frequenzen, Feinstofflichkeit, Energetik, Schwingungen der Musik und viel mehr. Nun feiern wir das 10-jährige Bestehen unseres Forschungsvereins Lebenskraftwasser e.V. Und zu diesem Anlass lade ich dich herzlich ein zu einem einzigartigen Online-Kongress der absoluten Spitzengasse. Bist du bereit für nie dagewesenes Wissen und Ansichten, für die kosmische Oktaven des Wassers und der Klänge, in die faszinierende Geschichte des Wassers einzutauchen, für die unendliche Geschichte der Geheimnisse und Mythen des Wassers? Ich wusste einst nichts über Wasser und Frequenzen, begann nach einem Vortrag, mein Wasser zu filtern. Und ich hätte nie gedacht, dass dies mein Leben so gravierend ändern würde. Die Veränderungen, die ich an mir beobachten konnte, waren sehr faszinierend. Nur mit Wasser und Salz. Nach 20 Jahren der unermüdlichen Forschung und der Faszination des Wassers sind viele kausale Themen mit dazugekommen. Nun ist die Zeit reif, euch dieses Wissen aus erzehntelanger Forschung von mir und vielen weiteren Wissenschaftlern weiterzugeben. Stell dir mal die Frage, welcher Wissenschaft sich für dich in diesem Kongress verbergen könnte. Wie wird die Umsetzung des Wissens dich wieder geistig und auch körperlich wieder fit und gesund machen? Klar gibt es tausend Gründe, in deiner Komfortzone zu bleiben. Sich nicht für zellidentisches Wasser oder der Wasserveredlung zu interessieren. Sich nicht zu entgiften und zu entschlacken. Und weiterhin mit deinem kalkhaltigen Wasser, Alzheimer und andere Steinkrankheiten sich reinzuziehen und dabei zu fördern. Es gibt aber auch tausend Gründe, mit dabei zu sein. Was wird sich für dich verändern nach diesem Kongress? Stell dir vor, was wäre, wenn zukünftig ein körpergerechtes Leichtlauföl in deinen Adern und Gelenken fließt und ein Körper wieder so richtig rund läuft. Deine Zellen neue Zündkerzen bekommen und du energiegeladen bist, voller Tatendrang. Dies ist deine Möglichkeit, endlich alle Fragen zum Wasser und viel mehr beantwortet zu bekommen und dir echtes Wissen anzueignen, welches dein Weltbild stark erweitern wird. Alle Kongressteilnehmer bekommen die Möglichkeit, an weiteren Online-Vorträgen und Workshops teilzunehmen, sowie an den offenen Frage- und Antwortrunden der Speaker. Sei mit dabei und sichere dir jetzt dein Ticket für die kostenfreie Teilnahme. Trage dich jetzt hier ein. Wir freuen uns auf deine Anmeldung und teile bitte dieses Video in all deinen Verteilern. Besten Dank hierfür und wir sehen uns auf dem Lebenskraft-Wasser-Kongress. Wir sehen uns auf dem Lebenskraft-Wasser.